Hier bei TVN kannst du eine Menge lernen, ob es im Bildbereich, im Tonbereich oder sogar im Schnitt ist. Wir fahren regelmäßig auf Außenübertragung zu Fußballspielen, Festivals oder anderen Events, bei denen du natürlich auch dabei sein kannst. Klar gibt es auch erstmal Papierkram, um den man sich kümmern muss, aber dafür kommt man genauso schnell als Equipment. Hier in der E-B haben wir verschiedene Mikros, Kameras und sogar Drohnen. Mit unserer E-B-Ausrüstung drehen wir regelmäßig Beiträge für Sender wie RTL oder SAT.1. So, jetzt fehlt nur noch eins.